Beim Ringdip ist es wichtig, dass ihr die Ellenbogen nahe am Körper haltet und euch langsam rein sinken lasst und euch dann wieder hoch drückt. Die Benefits davon, ihr habt eine unheimliche Stabilität im Schultergelenk und kriegt mehr Power im letzten Teil vom Armzug bzw. Druck beim Schwimmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017